Ich bin immer noch auf der Suche nach dem zweiten Teil, ich geh demnächst mal weißer Tor rein, mal schauen, mal schauen, mal schauen, das wird alles noch. Ähm, Moment. Dass die aber gleich da überall runterspringen muss. So, dass die Leute nicht fragen kann, so, ey, du, hast du hier zufällig irgendwo ne Flager versteckt, so? Hinter der Gegend da, so, irgendwo? Hier war ich noch nicht drauf, oder? Er hat sich noch falsch. Er hat einen Namen. Und sie ist keine Frau. Äh, was? Äh, wie? Äh, wo? Bäh? Hier ist... Die Maus ist im Spiel gerade gekommen. Ne, äh, hier ist nichts mehr. Ne, okay. Ja, aber irgendwo müssen die lastigen Flaggen ja sein, ne? Die können... Ach da, ah! Nein, das Ding, dieses Zeichen bedeutet, runter von den... Du sollst runter von den Balken? So, geht doch. Dass der sich nur so hat. Da lang, bitte. Jetzt kann sie wieder hoch, genau. Sechs Flaggen noch, ey, komm, das schaffen wir. Das schaffen wir. Sechs Flaggen. Wo kann sich noch eine Flagge vorstecken? Omm, schagalagalaga, omm... Was bringt Ihnen dazu, das zu tun? Die reine Neugier, oh mein Freund. Die reine Neugier. Das war auch nicht schlecht in der Luft, einfach mal einen Bogen geschlagen. Oh, ich geh jetzt da lang. Hier noch irgendwas. Hier noch irgendwas. Huh. Verwunderlich. Wo ist denn der Rest der Flaggensammlung? Kann man mit dem Adler auch... Moment, wir können doch auch mal hier die Karte aktivieren. Wer mir irgendwo die Flagge angezeigt, nee, das wär... Ja, so schön gewesen, so. Wo ich glaub, da wär auch der ganze Spielspaar so irgendwie so vollkommen im Arsch gewesen. Und das mal... Äh, der... Einfach mal, wie ich's Lust hab zu... Äh, vergesst es. Ignoriert den Typen hinter dem Mikrofon. Äh... Wenn dir das nicht schön ganz dazu... Wo geht es hier lang? Also... Ah, Flagge! Hab dich, meine kleine süße Flagge, mein Goldschatz. Hat der so etwas Muskelbepacktes, absolut geiles, schon mal gesehen? Nee, 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 noch nicht. Flagge! So! Oh, bei dem Typ war ich überhaupt keine Muskeln sieht, aber... Naja, doch, gut. Also, das ist auf jeden Fall kein Hemdpfleg, sagt man es mal so, aber... Dieser Mann scheint in Eide zu sein, da hört ihr's. Ein vielbeschäftigter Kram muss er sein. Hm. Ähm... Der wird zum Flaggen. Moment, ich guck noch mal kurz hier rein. Legende? Alter, ihr Büromarker Al Mualim, Informantenattentale von... Hade, 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 Hade ... Inform... Informantenziel ... Zurück ... Zurück ? Ging das nicht irgendwo, dass man... Gedächtnislog, Karte, Optionen, Erinnerung für das, zusätzliche Erinnerung... Ah, okay, also Moment 25 Aussichtspunkte im Königreich Erklommen, achso, okay, ja Alle Templer töten 8 von 60 Asazin-Flaggen Hospitaliter-Flaggen Sieht bei den Flaggen eigentlich gar nicht so schlecht aus Gut, bei den deutschen Orten-Flaggen sieht es ziemlich schlecht aus Saracena-Flaggen, gut, das sind 100 Stück Das sind auch 100 Stück Das sind auch 100 Stück 3 von 12 Aussichtspunkten Da erklommen, alle Templer Achso, wir sind wieder am Anfang, okay Ach, die Kreuze, ja, da haben wir natürlich noch nicht so viele gehabt Ich würde ja schon gerne jüdische Flaggen jetzt finden, ne Wo könnten die denn noch sein? Du stehst mir weg Oder töten Äh, ja Hallo Ich bin gerade richtig gut drauf Ich hätte jetzt doch gerne noch meine Flagge So richtig gut, meinte ich damit So richtig, richtig gut Nachher kommt der Warbase, mal gucken, ob da wieder irgendwelche Let's Play Together Videos entstehen hier Hab noch keine Ahnung Boom, voll auf den Kopf Aber, ähm, es wird auf jeden Fall ein Zuckerabend Und das ist ein Teil Also ein Grund dessen, warum ich so gut drauf bin Aber an sich hab ich ja da einfach gute Laune Hier doch irgendwas Ja komm, hier wird doch irgendwo eine Fahne sein Und das hätte es jetzt schon als außerhalb, dass hier nichts versteht Hey, hey, ich bin hier Pahne Hey, 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 hey Da geht's nichts Pahne, ja, wir haben wieder eine gefunden Nur noch vier Stück, ey, komm, das ist doch Ein Glachs ist das Ein strammer Max ist das Mh, da ist Hunger drauf Noch so ein strammer Max Ähm Ähm Ah, ich hab noch einige Ups Noch einige gefunden, noch einige Die kannst du dir übersehen Vielleicht hat man die von weiter oben nicht gesehen Oh weh Oh weh Oh weh Mein Matten hab ich ja noch nie gesehen 18 Äh, 17 Schade Schade Wir haben schon 18 Äh Von hier aus sehe ich jetzt Die nächste Das funktioniert ja wie am Schnürschen gerade Hallo Das ist ja Wie man Als ob ich den Teil hier noch gar nicht erkundet hätte Obwohl ich hier schon mehrmals war, gell? Eigentlich Weil die sehen mich gar nicht, aber sehen mich dann doch Was weiß ich denn, warum ich das tue Die Wege des Herrn sind unergründlich Die Wege des Nevergifts unendlich Und vor allen Dingen unendlich sinnlos Warum tut er das? Ich hör auf, soll ich wieder fragen zu stellen? Ich hab noch nicht jedes Mal dieselbe Frage Warum? Das war mal ne neue Aussage Zumindest kann wir noch nicht so oft Äh Fahne Falane 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 Flagge Eine Falane Flagge hätte ich doch gerne Gewür, dass der da nicht reingesprungen ist Kann ich da hoch? War ich da oben schon? Ist, das sind so viele Fragen Fragen überfragen, meine Damen und Herren Rücken wir jetzt play Fragen wir uns über den Sinn des Lebens oder der fahrer der fahrer des lebens so zu sagen es kann doch nicht sein dass hier nirgendwo meine fahne ist da ist keiner hier habe ich schon zwei gefunden gehabt ich nehme stark an dass hier in der nähe jetzt nicht unbedingt noch eines hier war ich aber auch schon und hier habe ich auch keine gesehen also bis jetzt zumindest nicht moment ich hier auf das Dach hier hoch vielleicht war ich da ja noch nicht ne euch auch schon okay oder zumindest ist hier nichts und jetzt hier war oder nicht ist ja sei jetzt einmal dahingestellt ich sehe eigentlich keiner fahren mehr also werden wir öfters mal in damaskus noch mal sein wir laufen jetzt reiten jetzt schwimmen jetzt fliegen jetzt oder sonst noch alles und können auch mal los an die schwimmen können wir sind zum blutzen bestimmt ja und schauen dass die letzte flacken vielleicht immer auf dem hinweg noch eines wäre zu aber ich glaube dann doch eher nicht dass wir es auf einer so zufällig sehen da sollt ihr so einiges nicht aber trotzdem alles kann ich die ansprechen so viel dazu ist er auf der flucht ich baue das ich noch mal selber frage f ja gib mir die spuren auf der mauer da ist auch keiner oder na dann weiter gehts hier draußen können doch auch keine sein oder hier draußen das ist freies gelände das war ein Fehler meinerseits aber ich habe hier draußen doch auch schon mal Fahnen gefunden aber ich glaube das sind dann keine hier ist zum beispiel nichts schon dass die so komisch breite gerade aber ich suche gerade in den Ecken nach Fahnen die sich mir eventuell ergeben Königreich Königreich ich nehme mal Königreich keine ahnung was das sein soll greifen sie weit entfernte Feinde mit Wurfmessern ja was wo schickt er mich denn jetzt hin ah genau da wollte ich hin hier sind noch meine Männer den Aussichtspunkt haben wir erklommen auf na dann machen wir mal ja wo 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 Mist! Mist! Wir sind nicht super, aber es ist möglich noch nicht so stark. Alter! So geht das! Jetzt stirbt! Warum sind das eigentlich zwei verschiedene aussehende Drucken? Ihr könnt doch nicht zusammen gegen mich arbeiten! Oh, Moment! Hallo, ich block dich ab! Jetzt stirbt doch, hä? Wieso block ich den nicht? Na komm! Ich raff das nicht, warum ich den Typen nichts anhaben kann gerade. Jetzt stirbt dein schnellen Tod! So, du auch noch! Und da mache ich hier halt wieder... Au! Aggressive Techniken hier auch! Aggressor, muss ich sagen. Eine Fahne! Fahne! Auf der Suche nach Fahnen! Das wäre ja auch so eine Option. Oh, was ist da unten? Am Ende noch so eine Folge rauszuhauen, so eine ziemlich lange Spezialfolge, wo ich einfach nur noch Fahnen suche. Wäre ja auch eine Option. Könnt ihr ja mal schreiben, ob ihr das sehen wollt. Dass ich hier einfach mal so eine riesen Folge raushau, wo ich einfach nur noch ein paar Fahnen suche. Ob ich jetzt alle wirklich suche, weiß ich nicht. Das ist glaube ich dann ein bisschen viel, wenn ich alle suche.